Die Statue des Apolls Die erste Statue zu linker Hand dieses Hofes, so ehemals ein Garten gewesen ist, ist der Apollo, genannt De Belvedere. Diese Statue ist von der allerwunderbarsten Schönheit, so sich unter denen übrig gebliebenen antiken Statuen findet. Sie ist Überlebensgröße, von der allerschönsten Proportion in ihrer Länge und geschlanker Glieder. In dieser Figur sieht man eine außerordentliche Regung, denn sie ist in Großheit gebildet und scheinet, als sollte sie vorstellen, den Apollo, wie er den Python erleget in eben der Zeit, da er den Bogen abgeschossen und davon gehen würde. Es scheint, als sähe man eine hochmütige, halb erzürnete und verachtende Miene in seinem Gesicht. Der Charakter des ganzen Kopf ist über die Maßen schön. Die Stirn ist wie des Jupiters Stirn, so sind auch die Augen, die Nase aber ist dünner und spitzer. Dennoch bei den Nüsten ist sie breit und selbige sind gleichsam aufgeblasen. Der Mund ist an beiden Enden herabgezogen. Beide Seiten der Oberlefzen sind in die Höhe gebogen und folgen damit gleichsam den aufgeblasenen Nüsten nach. Die Unterlippe aber ist vorwärts und etwas herabhängend. Das Kinn geht gleichsam ein wenig hervor. Die Kinnbacken sind nach dem griechischen Gebrauch groß. Die Ohren sind etwas tief, aber größer, als es insgemein der antiken Gebrauch ist, wie wohl man von selben nur die Unterhälfte sieht. Die Haarlocken spielen über alle Maßen schön um das Haupt herum und sind herrlich hin- und hergeworfen, ob schon dieselben nicht mit dem größten Fleiß ausgemacht. Der Hals dieser Figur ist sehr lang, hingegen aber auch stark und schön. Es ist von unterschiedlichen Künstlern getadelt worden, dass der Hals nicht gerade auf dem Körper stünde. Dieses muss man aber denenselben ihrer Unschuld zugute halten, denn sie haben nie die Natur in diesem Stand gesehen, sonst würden sie dieses nicht sagen, weil auch im lebendigen Menschen es denselben Effekt macht, wenn ein Arm erhoben und der andere herabhangend ist. Aus der Ursache, weil der Musculus pectoralis sich auswärts zieht, in demselbe gar im Humerus sich einfügt und also dadurch die Brust auf der Seite des erhobenen Armes breiter scheinen macht. Ich finde diese Statue in diesem Teil sehr korrekt. Die Länge des Halses gibt der Figur eine große Majestät, der ganze Kopf steht gerade aufgerichtet, als sonst gemeiniglich die antiken Statuen pflegen zu stehen. Die Brust ist breit, aber nicht sehr lang, aber erhaben, ob sie schon mit dem Mantel bekleidet. Der ganze Leib ist ziemlich breit. Die Hüften sind fast stärker, als sie in einem geschlanken Mann sein sollten und sind fast ein wenig weibisch. Die Herzgrube und Rippenschluss sind auch gemeiniglicher Haden und scheinet, als hätten die alten Griechen allezeit vorgestellt, Leute so scheinen den Atem an sich zu ziehen. Überhaupt haben sie das Knochenwerk sehr wohl bezeichnet, auch überhaupt die Muskeln und alles Fleisch ziemlich erhaben gemacht. Es kann sein, dass das beständige Ringen die Brust in die Höhe getrieben und dass es in ihrer Natur also gewesen. Die Schenkel sind stark, aber fast ein wenig gar zu rund. Die Knie sind nicht gar groß und zeigen dadurch sehr wohl das saubere Gebäude einer solchen Gottheit an. Die Beine sind von der herrlichsten Form, obwohl ein wenig rund in ihrem Umkreise. Die Füße sind sehr schön. Dennoch aber scheinen sie ein wenig unterschieden in ihrer Form, dennoch aber nicht wieder die Vernunft, weil der spielende Fuß die Zehen viel länger als der andere hat. Die Arme sind von schöner und geschlanker Form. Die obere Hand ist restauriert, die andere aber hat nur wenige Finger neu. Das Gewand ist sehr sauber ausgemacht, wie wohl ohne große Schönheit in dem Wurfe. Diese Statue ist sehr glatt und sauber gearbeitet. Es sind Arme und Beine davon zerbrochen gewesen. Das spielende Bein scheinend nicht wohl angesetzt zu sein, sondern etwas zu viel einwärts stehend. Das Stehende aber ist gut restauriert. Es ist bei den Alten ein allgemeiner Gebrauch gewesen, die schönen und zarten Gottheiten nicht nach der Wahrheit so viel als nach der Idee zu machen. Denn mehrenteils sieht man die Arme und Beine viel runder auf denselben als die Natur. Sie haben vermieden, das sehnigte Fleisch anzumerken und haben die Fügungen der Glieder fast als ohne Sehnen gemacht. Ohne Zweifel, um dadurch eine größere Zerte und Schönheit auszudrücken. Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Altertums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler derselben hat dieses Werk gänzlich auf das Ideal gebaut und er hat nur eben so viel von der Materie dazugenommen, als nötig war, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrifft alle andere Bilder desselben so weit, als der Apollo des Homeros den, welchen die folgenden Dichter malen. Über die Menschheit erhaben ist sein Gewächs und sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühling, wie in dem glücklichen Elysien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre mit gefälliger Jugend und spielt mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder. Gehe mit deinem Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten und versuche, ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werden, um den Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur erheben, zu erfüllen. Denn hier ist nichts Sterbliches, noch was die menschliche Dürftigkeit erfordert. Keine Adern noch Sehnen erhitzen und regen diesen Körper, sondern ein himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen, hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllet. Er hat den Python, wieder welchen er zuerst seinem Bogen gebraucht, verfolget und sein mächtiger Schritt hat ihn erreichet und erleget. Von der Höhe seiner Genugsamkeit geht sein erhabener Blick wie ins Unendliche, weit über seinen Sieg hinaus. Verachtung sitzt auf seinen Lippen, und der Unmut, welchen er in sich zieht, bläht sich in den Nüssen seiner Nase und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. Aber der Friede, welcher in einer seligen Stille auf derselben schwebet, bleibt ungestört, und sein Auge ist voll Süßigkeit, wie unter den Musen, die ihn zum Armen suchen. In allen uns übrigen Bildern des Vaters der Götter, welcher die Kunst verehret, nähert er sich nicht der Größe, mit welcher er sich dem Verstande des göttlichen Dichters offenbarte, wie hier in dem Gesicht des Sohnes. Und die einzelnen Schönheiten der übrigen Götter treten hier, wie bei der Pandora, in Gemeinschaft zusammen. Eines Stirn des Jupiters, die mit der Göttin der Weisheit schwanger ist, und Augenbrauen, die durch ihr Winken ihren Willen erklären. Augen der Königin der Göttinnen, mit Großheit gewölbert, und ein Mund, welcher denjenigen bildet, der dem geliebten Branchos die Wollüste einflößet. Sein weiches Haar spielet, wie die zarten und flüssigen Schlingen edler Weinreben gleichsam von einer sanften Luft bewegt um dieses göttliche Haupt. Es scheint gesalbert mit dem Öl der Götter und von den Grazien mit holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden. Ich vergesse alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks der Kunst und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu erweitern und zu erheben wie diejenigen, die ich wie vom Geiste der Weissagung aufgeschwellet sehe und ich fühle mich weggerückt nach Delos und in die lyzischen Heine, Orte, welche Apollo mit seiner Gegenwart beehrete. Denn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu bekommen, wie des Pygmalions Schönheit. Wie ist es möglich, es zu malen und zu beschreiben? Die Kunst selbst müßte mir raten und die Hand leiten, die ersten Züge, welche ich hier entworfen habe, künftig auszuführen. Ich lege den Begriff, welchen ich von diesem Bilde gegeben habe, zu dessen Füßen, wie die Kränze derjenigen, die das Haupt der Gottheiten, welche sie krönen wollten, nicht erreichen konnten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020